Auch wenn es nicht so aussieht. Während sie spielen, lernen Lukas und Sarah gerade etwas über den verantwortungsvollen Umgang mit Geld. Das Game heißt Cure Runners und ist wichtiges Einstiegs- und Begleitmedium eines der neuen MyFinance Coach Trainings zur Förderung ökonomischer Grundbildung. In der postapokalyptischen Welt von Cure Runners dreht sich alles um Cure. Wer Cure hat, kann sich Essen, einen Schlafplatz und Ausrüstung kaufen. Ohne Cure kein Überleben. Die Finanz- und Konsumrealität junger Menschen unterscheidet sich von jener ihrer Eltern. Alles ist schneller, alles ist digitaler. Cure Runners setzt genau hier an und weckt als Smartphone Game das Interesse der Jugendlichen für das Thema Umgang mit Geld. Der Transfer des unbewusst Erlernten in bewusste Prozesse und reale Handlungen wird durch zwei aufeinander aufbauende Trainings von jeweils 90 Minuten vorgenommen, die jeweils von zwei Finance Coaches in enger Abstimmung mit der Lehrkraft durchgeführt werden. Durch den Einsatz interaktiver und kooperativer Lernmethoden können Aspekte wie Konsumverhalten, Budgeterstellung oder Verschuldungsrisiken authentisch thematisiert und erlebt werden. Cure Runners wird in Kombination mit den MyFinance Coach Trainings für die 7. bis 9. Klasse schulformübergreifend empfohlen. Cure Runners ist ab jetzt in Deutschland verfügbar. Cure Runners 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 Cure Runners